ja hallo leute wir haben neues paket im shop oder eher gesagt neue starter paket das ist der hier im jungen heißt der unwiderstehlicher scham und nicht nur macht alles missions rebelle paket und okay aus für 4 euro paket man sagt ja eigentlich nur das 5 euro paket aber hier hoffen wir es um ein 4 euro paket was ja eigentlich mal 4 4 geht klar geht auf jeden fall klar muss ich dann gibt es noch eine spitze dazu taktische geomähe standard geht klar muss gar nichts kann man wieder rausholen da steht jetzt nichts von aber ich denke mal die wenn man die ausgerüstet hat hier und das da kann man die wahrscheinlich da rausziehen sind ja nicht umsonst aber ja also muss sagen für 4 euro ist das paket relativ nice gemacht und natürlich ihr kriegt ja auch wenn ihr das paket kauft noch mal 600 wie wir es hinterher also lohnt sich das paket auf jeden fall